Seid gegrüßt, meine Freunde der Fahrschule beim AKH. Heute sprechen wir über die wichtigsten Verkehrsregeln für E-Scooter-Fahrer. Was ist überhaupt ein E-Scooter? Ein E-Scooter ist ein Mini-Roller, das heißt mit einem äußeren Felgendurchmesser von maximal 300 mm und einem elektrischen Antrieb, der maximal 600 Watt Leistung und 25 kmh Bauartgeschwindigkeit aufweist. Was darf ich damit? Was ist verboten? Ein wichtiger Punkt, weil ich es halt immer wieder sehe, fahren auf dem Gehsteig ist verboten. Man hat damit die Fahrbahn zu benutzen oder wenn es eine Radfahranlage gibt, dann gibt es auch hier die Radfahranlagenbenutzungspflicht, dann habe ich auf dem Radweg, Radfahrstreifen, Mehrzeugstreifen, Geh- und Radweg zu fahren. Es besteht keine Helmpflicht, außer für Personen bis zum 12. Lebensjahr. Ja, ähnlich wie beim Fahrrad. Man muss auch hier ein Mindestalter von 12 Jahren erreichen, um eben auf einer Straße mit öffentlichem Verkehr zu fahren. Mit 10 Jahren kann man eben den Radfahrausweis machen. Ja, dann kann ich mit 10 Jahren auch schon mit dem E-Scooter auf der Fahrbahn unterwegs sein. Parken, auch da sehe ich immer wieder Fehlhandlungen. Parken auf dem Gehsteig ist nur erlaubt, wenn dieser mindestens 2,5 Meter breit ist und der E-Scooter nicht umfallen kann. Das heißt, auch hier kein Hindernis darstellt. Ansonsten ist der E-Scooter auf der Fahrbahn abzustellen, so wie alle anderen Fahrzeuge auch. Und dann auch hier möglichst platzsparend, sprich also im rechten Winkel zur G-Steckkante. Alkoholgrenzen gibt es auch hier. Und zwar gilt hier die 0,8 Promillgrenze. Fahrt ihr mit einem E-Scooter mit 0,8 Promill, dann kostet euch das ganz schnell einmal 800 Euro Geldstrafe. Bauartbedingt ist es auch verboten, andere Personen mitzunehmen, weil die Hersteller das eben nicht vorsehen. Auch für E-Scooter-Fahrer gilt, wenn ihr die Fahrtrichtung ändert, also abbiegt, dann habt ihr das durch ein Zeichen anzukündigen, nämlich mit einem Armzeichen. Und das ist oft gar nicht so einfach. Da muss man echt schön ein geübter, routinierter Fahrer sein, dass man eine Hand vom Lenker weg gibt, dann ein Armzeichen gibt. Dann hängt es auch immer davon ab, wie lange gebe ich dieses Armzeichen. Einmal kurz ausstrecken. Kann auch sein, dass es schon wieder irgendjemand nicht mitbekommt, dass ihr hier eure Fahrtrichtung ändern wollt. Zur Ausstattung sei zu sagen, es ist keine Klingel vorgeschrieben. Zu den Beleuchtungsvorschriften nach vorne muss es einen weißen Rückstrahler, nach hinten einen roten Rückstrahler, seitlich gelbe Rückstrahler geben. Und bei Dunkelheit müsst ihr auch beleuchtet sein. Das heißt, nach vorne wird weißes Licht ausgestrahlt, nach hinten rotes Licht. Dient übrigens auch eurer eigenen Sicherheit. Übrigens auch hier gilt, Telefonieren ist auch hier nur mit Freisprecheinrichtung erlaubt. So, jetzt habe ich noch ein paar Sicherheitstipps für euch, wenn ihr mit E-Scooter unterwegs seid. Wenn ihr das erste Mal mit einem E-Scooter fahrt, übt es einmal im Verkehrsarmen oder überhaupt verkehrsfreien Raum. Fahrt einmal ein paar Runden, fahrt ein paar Achter, gebt Handzeichen, fahrt einhändig, um zu schauen, wie funktioniert das mit dem Abbiegen. Schützt euren Kopf, das heißt, tragt einen Helm. Beim Sturz kann es eben durchaus sein, dass es auf die Gehsteckkante knallt. Der Kopf ist das schwerste Körperteil des Menschen und den zieht es halt schnell einmal runter. Und auch wenn es eine 0,8 Promillegrenze gibt, kann ich euch nur raten, fahrt nicht alkoholisiert. Bis 0,8 wäre es ihr erlaubt, aber es ist einfach euer Gleichgewichtsgefühl gefragt, das dann natürlich stark eingeschränkt ist. Haltet euch bitte an die Vorschriften. Achtet daran, dass andere Verkehrsteilnehmer, andere Autos beim Abbiegen einen toten Winkel haben. Das heißt auch hier, Bekreuzungen und so weiter. Seid vorsichtig, langsam auf Vorrangverhältnisse schauen, auf andere abbiegende Fahrzeuge achten, nicht damit rechnen, der wird mich schon sehen. Tun sie oft nicht oder sie ignorieren euch überhaupt. Auch wenn es erlaubt ist, mit Freisprechen in Richtung zu telefonieren, kann ich euch nur davon abraten, macht nichts, was euch ablenkt. Fahrt ohne Kopfhörer, nicht mit Musik. Die Ohren sind bei Radfahrern, aber auch bei E-Scooter-Fahrern im Prinzip die wichtigsten Sinne so gar nicht, dass ihr von hinten, von links und rechts und so weiter Motorgeräusche auch wahrnehmen könnt. Macht euch sichtbar, das heißt, fahrt mit Licht, vor allem bei Dunkelheit, Dämmerung, aber auch bei Sichtbehinderung, wie Regen und so weiter. Tragt helle Kleidung, Kleidung mit Reflektoren, dass ihr wirklich auffällig seid. Und auch ein wichtiger Punkt, habt Respekt vor nassen Bodenmarkierungen oder Schienen. Die sind extrem rutschig, nasse Bodenmarkierungen, Schutzwegmarkierungen, extrem glitschig. Und aufgrund der geringen Radgröße habt ihr auch nur sehr wenig Bodenhaftung. Also meidet bitte solche Straßenstellen, macht dort auch bitte keine großen Schräglagen oder so. Übrigens, die Produktion oder die Hersteller sind ja sehr erfinderisch, beziehungsweise auch E-Scooter-Fahrer sind erfinderisch und technisch auch versiert und frisieren sich und motzen sich ihre E-Scooter auf. Solltet ihr einen E-Scooter haben mit mehr als 25 kmh Power-Geschwindigkeit oder mehr als 600 Watt Leistung, dann ist das an und für sich nicht erlaubt, auf einer Straße mit öffentlichem Verkehr damit zu fahren, weil dafür hat der Gesetzgeber nichts vorgesehen. Und in den erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage steht eben sehr wohl die Intention drinnen, dass E-Scooter, die schneller sind oder mehr Leistung haben, auf Straßen mit öffentlichem Verkehr nichts verloren haben. Also das geht nur wirklich auf abgesperrten Plätzen dann. So, ich hoffe, ihr habt wieder einmal heute etwas dazugelernt bei meinem heutigen Drive Monday und hinterlasst mir eure eigenen Erfahrungen mit E-Scooter auf meinen Social Media Kanälen. Wir sehen uns nächsten Montag.